Ah, nehmen wir mal das. Ui. Dam-da-da-dam-da-dam-da-dam-da-dam. Raus. Und... Hm. Schwierige Entscheidung. Was schmeiß ich raus? Gravele. Gravel. Ist das eigentlich ein Bug oder ist das ein neues Feature? Dass die Sachen kaputt gehen? Ja. Ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das dämlich, weil wenn man verreckt, dann ist man tot. Creeper! Hoffentlich fällt er hier rein. Ey, der Creeper ist doch echt ein Arschloch. Bist du wieder tot? Rab mal, was er macht. Er fällt natürlich ins Loch. Und landet auf die. Ach, ich hab oben dabei. Ah! Weg! Ich verschwind hier mal rein. In diesen schönen Hohlraum. Gumpa, oder? Kann das sein, dass Sachen nicht mehr weggeschoben werden, wenn man irgendwo einen Block hinsetzt? Äh, keine Ahnung. Äh. Flint. Flint ist doch... So liegt ein Ei in meinem Haus. Äh, Evil Chicken sag ich nur. Werbung! Werbung! Ähm. Am besten wir lassen das so offensichtlich, dann fällt da auch kein Tier rein. Richtig. Zu, zu, zu. Ach, dann... Ach, dann... Ich mach da mal oben einfach mal einen Block drauf, und dann kann man aber ja... Nein, Zombie! Geh weg! Ah, ich hab ja... Weg, weg! Geh weg! Zombies sind... Äh... Komisch. Ach, jetzt müsste ich eigentlich Tiere... ...umieten. Nun, ja. Oh, mein ganzes Werkzeug schnell kaputt. Es nervt. Mhm. Ach, die Schaufel funktioniert noch. Wieso funktioniert die Schaufel noch? Solange bist du irgendwas, äh, kaputt gekommen. Äh! Zum Beispiel ein Creeper. Ach, Manno... Mein schöner Wollfußboden. Hast du noch ein Bett? Dann schlafen wir mal eine Runde. Häh! Das ist eine gute Idee. Ich hab kein Problem, ich kann mal eben bauen. Ja, Wolle haben wir ja. Braucht man ja, ne? Bau mal zwei. Äh, drei Holzplanks unten und... ...dreimal Wolle oben. Ähm. So war das. Äh, Holz. Ich hab Holz. Ich brauch nochmal schnell Wolle. Da steht noch ein Creeper. Komm mal rein. Das ist eigentlich nicht so. Wo ist Wolle? Gib mir mal ganz schnell drei... ...fünf Wolle. Da ist dein Bett. Gut. Und meine drei, fünf Wolle. Ja toll, das ist eine Wolle. So, jetzt geh aber schlafen. Hast du Wolle? Ja, geh schlafen. Oh, ich schlafe heute allein. Oh, ist ja... Oh, der Depp ist da. Oh nein. Jetzt. Ja, der geht wahrscheinlich nicht schlafen, der Arsch. Äh. Creeper, geh weg, geh weg, Thomas, drinnen. Ja. Genau deswegen. Oh, jetzt ist schon wieder eine Blume im Heimer. Oh, Monster. Hi. Ah! Evil, 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 evil Spinne. So. Du blödes Schwein. Die ich mach mal auch kaputt. Kommt her. Bin bewaffnet. Ich hab keine Angst vor euch. Da steht ein Schwein auf deiner Verande. Ah! Da kommt ein Zombie. Ach, der geht dran zu dir. Komm nur her. Au! Ich bin mal weg. So. Danke. Dann schmeiß ich dieses Scheiß. Ach, ich kann ein Brot fressen. Naja. Thomas, ich brauch eins, zwei, drei, vier, fünf, vier Wolle. Ja, du hast doch Wolle. Nein. Ich hab mir mal den Weg. Ich hab mir mal den Weg. Ich mach jetzt mal den zweiten Ofen. Da draußen ist ein Zombie. Bei deinem Tisch. Ja. Hast du den Weg repariert? Ja. Cool. Also, ähm, hat er sich jetzt schlafen gelegt oder nicht? Ich glaube nicht. Ja, jetzt macht's doch keinen Sinn mehr. Jetzt geht die Sonne auf. Mega. Egal. Hey, gut, dann können wir ja auch den Zombie... Ah, da ist ein Creeper! Und da hinten ist ein Steinhaus... Ach so, da ist er, glaube ich, schon mal gewesen. Da hinten ist ein Creeper! Ein Steinhaus! Boah! Das ist schlimm, wenn man in Dubai auf Ostdeutsche trifft. Die vor allem der englischen Sprache so schön mächtig sind. Zack! So! Ich mach grad ne Schweinerenderei... ...Renderei, Braterei auf. Ich renne doch mal ein paar Schweine. So. Sterbt. Mhm. Arschlich. Da draußen sind Creeper und die sterben nicht. Wo sind eigentlich unsere Hunde? Die sind doch immer noch gefangen in der... Farm. Ja. Ja. Da schmeiß ich jetzt mal... ...so ein Teil hin. Geh mal wieder hier. Geh mal am besten hier runter, oder? Naja, brenn du mal schön. ...Kuhe, äh, Kuh, Kühe. Sag mal. Geh mal hier durch. Naja, ich will schnell mein Ding hier reparieren. Was ist an deinem Ding, der zu kaputt ist? Du hast es so oft benutzt. Richtig. Jetzt versuchen wir die Frage, wo kommen die Dreckszombies wieder her? Hier ist eigentlich alles beleuchtet. Ja, gut, hier unten. Kann ich irgendwie so... ...disco Scheinwerfer an den Himmel richten, dass dann alles beleuchtet ist? Ah, so much Creeper. Hm. Hm. Naja, ist gut. Hallo. Ja, toll. Gib die Kuh nicht mal Wolle. Er schmeißt einer auf Pfeile. Kuhn-Poft. Ja, ich hatte vorhin 64... ...irgendwie zweimal oder so, richtig Arsch-Spiel, und jetzt hab ich... ...äh, beziehungsweise 50. Ja, zusammen 200. 200 etwa. Also geh mal wieder runter in die Mine. Von hier oder von... Oh, ich, äh, brauch noch Zeug. Ich, äh, basteln mir hier mal was. Ja, da ist ja Eisen, irgendwo im Ofen. Ja, das ist schon wieder so weit zu laufen, da könnte man ne Bahn bauen. Obwohl da drüber ja einige... Nee. Geht keine lang. Ja, das müsste reichen. Aber ich nehm nicht... ...unser... ...Iron mit. ...ihren Ohren. Wir nehmen seit 38 Minuten auf. Sollen wir jetzt hier weiter in der Mine rumbauen, oder? Ah, wie du wirst. Ja, wir könnten entweder dein, äh, dein Höhlen-System da suchen... ...und das noch etwa kurz erkunden... ...oder wir... Ah, Mama halt das Ding hier, ne? Die Zombie-Fall, oder? Äh, nee, also da drüber das Haus. Ja, gut, ich hab ja schon alles verglast. Beziehungsweise drüber freigeschaffelt. Irgend... Ding. Also ich grab grad blöd irgendwo hin und ich glaub das war falsch. Wo ist dieses scheiß Haus? Eieiei, wie tief sind wir denn da bitte? Äh, gut tief. Ei. Ich hab so ne Leiter gebaut. Ja, ich bin doch woanders, ich such doch... Ach toll, jetzt bin ich da zwei Blöcke neben dem Haus. Ach, warte mal. Jetzt, äh, einfach mal wieder... Zack, 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 damit das einigermaßen sicher ist. Jetzt mach ich das mit dem Knochen kaputt, das geht schneller. Zack, 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 zack. Eines, dünnes, bettere. Oh, noch ein Stück nach rechts wäre auch nicht schlecht. Ach, jetzt... Ach, ich hab noch irgendwo ne Hand gehörte. Ja. Und ich hör irgendwo ne Spiele. Soll ich mal irgendwie ne Leiter hoch ins Haus... Na, das ist mir im Moment egal. Ja, das sollte man vielleicht irgendwann an der Stelle tun, wo man es auch... ...brauchen kann. Ich höre... ... Regen. Achja, hier geht's ja hoch. Willst du mal Regen in der Höhle haben? Was machst du denn? Oh, ne. Ah, noch größer. Hallo, Zombielines. Soll ich mal unten aufmachen? Ja, jetzt lass uns erst mal hier bauen. So, wie machen wir das hier? Ja, wir können das eigentlich so lassen. Da kann... Geht ja nur drum, um irgendwie oben rein zu gucken. Weil man halt nicht irgendwie... ...nur was besseres, größeres irgendwie drüber bauen soll. Ja, was willst du da größeres drüber bauen? Und der Raum da unten ist... ...abgedeckt. Naja, unten wollten wir ja auch noch irgendwie den Zombiefall oder sowas bauen, ne? Soll ich da mal mit anfangen? Äh, ja, das könnt ihr ja machen. Ich hab, äh... ...vier Leitern. Das müsste grad noch reichen. In der Zombiefall. Richtig. Was macht man denn mit der Leiter? Ach, äh... Die Lava. Abhalten. Ja. Hoffentlich funktioniert das noch. Jetzt baue ich hier nebendran mal einen Weg. Und dann können wir da Wasser so links und rechts legen. Aber ich glaub, es reichen mir zwei... ...irgendwie... ...Blöcke. Zwei. Was verstehst du unter zwei? Äh, was meinst du mit zwei Blöcke? Ja, wenn wir einfach das Ding nur aus zwei Blöcken machen. Ähm, ich dachte, wir machen... Guck, hier fliehen die Viecher runter. Da kommt Wasser. Und das fließt dann hier noch ein Stückchen runter. In der Mitte. Und irgendwo wird's gegen Lagerfahrt gedrückt. Äh, wie ich mir das grade vorstelle, glaube ich nicht, dass das funktioniert. Entschuldigung. Jetzt hast du mich auch gehauen. Ja, aber das war aus Versehen, das war tot. Oh. Willst du mich jetzt verarschen? Jetzt hab ich quasi kein Leben mehr. Mhm. Ups. Ah! Bin hier raus. Ähm, ob das funktioniert ist die andere Frage mit dem Wasser. Hast du denn Wasser, Eimale? Ich geh mal holen. Äh, ich geb dir noch einen Eimer. Wo bist du? Bleib mal stehen, bleib mal stehen, bleib mal stehen. Ich hab nämlich... Keinen. Dort ist vorhin noch einen. Da ist einen. Ähm... Jetzt hab ich zwei, hast recht. Okay, dann bring mal zwei Wasser mit, dann machen wir eine ewige Wasserquelle. Ist das schon wieder Nacht? Ne. Komm, das halten die Zombies aus. Die bemerken mich gar nicht, wenn der Schnellwasser klaust. Ach, wollten wir nicht mal Let's Play Hawks machen oder sowas? Doch. Hm. Oh, es regnet ja strömend hier. Hm. Äh. 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 Äh.